Aber Hauptsache ich kann die Quest wieder erfüllen Okay Schon mal was jetzt zu sagen hat Hey, es ist Mr. Shae Well, was haben wir hier? Oh, und ihr habt ihr Freund zurück Hallo, gut zu treffen, mein Name ist Liria Ich bin Zothba, ein Information Broker Muste haben wir schwer da draußen, huh, kleine Frau? Um, ja, es war Zothba, keine Angst, den poor Kind Huh, wer ist schrecklich? Ich bin auf meine besten Bewegung hier Ich bin hier Es lief mir zu sehen, dass jeder in guter Gesundheit ist Ich bin, um meine Unterstützung, als ich auf der Waffe auf der Waffe auf Seed Hollow Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, Roland. Wo ist er? Er hat sich geholfen? Wo ist er? Aber nicht zu schlafen. Er ist nicht derjenige, der nicht zu schlafen. Vielleicht können wir etwas für ihn machen, aber... Du bist in hisst? Nuh-uh. Ich habe das Gefühl, seit dem Dalli-Island des 15 Jahre vorzunehmen. Mein Punkt ist, diese Leute müssen sie zurückzunehmen, Skydum. Was? Du kannst nicht so sagen, in einem Moment wie dieser! Schau, meine Fähigkeiten me sagen, dass du von Fanta Grande bist. Du hast einen schönen Schiff, der kann über die Grimm-Basin crossieren. Keine Chance, hier zu spielen. Das ist nicht so. Wir können nicht einfach alle, wenn wir wissen, was kommt. Lilith wird benutzt etwas, die Pillar der Vajue, um zu zerstören den Himmel. Wir lassen sie einfach das tun? Und was ist Roland? Ich bin die Vizepräsidentin hier. Du hast deine Prinzessin geschaut. Die Mission eröffnet. Also, was die König machen, nach dem Dalli-Island? Sie werden sicher, dass sie sicher ist. Sie sind gut, Kapitän. Und so, ich muss nicht die nächste Veranstaltung für dich, was ich? Wir werden uns schützen, Roland. Ja, als ob wir es verhindern können. Wir können das nicht beantworten. Das wird interessant sein. Mission complete! Die Historia ist aber wohl lang. Magma Wurm, benötigt 5. Na gut, da war auch nicht viel los. Ist irgendwie schön, wenn sie wieder dabei ist. Defektes Prisma. Das ist halt auch der Sonnenschein vor dem Team. Doch, er hat Ahnung. Ja, sehr schön. Standard-Raphimium, ja wow. Letzten finde ich nicht scheiß drauf. Muss das sein scheiß mal selber machen. Quäste und Angriff nehmen. Da gibt's das da, warte mal. Entziehen, hochwertiges Refinium. Shit. Standard-Raphimium. Da krieg ich ne Crew-Mitgliedskarte. Muss ich machen, bis sie gerasen, ne? Was sind denn gerasen, ne? Ach komm, scheiß drauf, machen wir's. Damit das blöde... Dings da bekommen. Aufgegeben? Was ist passiert? Was ist passiert? Ähm. Hey Kumpel. Ja. Okay. Nein. Ich bin jetzt bereit! Jetzt sind wir bereit! Sie sind jetzt verraten! Sie sind nicht zurückgekommen! Sie sind in der Hand. Danke! Ich bin jetzt hier! Das ist so schön! Was ist das? Willkommen für dich! On my mark! Take your way! Steak focus! Watch his movements carefully! Too high to handle! I know it's good! It's nothing! It's nothing! It's nothing! Let's finish! Now come on! Come on! Roger! Cut them! I guess so. Right? We'll never back up! No one's interested in the other! Oh Mary! Let's go take care of her! Get her Mary! This is our chance! I'll blow them away! On my mark! Don't move! Don't hold back! Free that one! I've got you! I've got you! Can't restore our laurels just yet! Understood! We can handle it! Right! I won't lose focus! On my mark! On god! On god! Oh god! At this point! Oh! Oh! That's like the same one! Oh no! Oh! Oh. Oh no! Uh! Oh! 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 That's kinda like that! Oh! Oh my! Wir müssen ein wenig schneller machen, wir haben was noch. Oh Gott, was ist das? Ah, sehr gut. Haben wir die 4 Minuten noch geschafft? Ich bin mir nicht sicher. Sehr gut. Ah, haben wir wirklich geschafft. Feuer genommen wie zum Homecard, über die Gliederpuker, Stungelsplitter. Ok. Ah, fort. Ah, kommt wirklich wegen, was weiß ich, 5 Punkten oder so. Schweine. Aber jetzt können wir das Level hochhauen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hättet ihr noch einen? Skelette, Alter, ihr habt sie gerade platt gemacht. Hä, sind das neu jetzt? Waren da so viele? Goldschlüssel, Stärke Kristall, Cobra. Lass uns unser Bestes. Darf ich extra in die Gebiete gehen, oder was? Oh, achso, da brauche ich den Beschlüssel. Wo wollten wir hin? Schmied da hinten. Oh. Was ist das? Willkommen. Waffe verbessern. Waffe schmieden? Du kannst nur das Beste erwarten. Welche Waffe soll uns stärken? 90, 434, 5 und 1 und... Ach, das ist dann das Schwert an sich. Die Betäubungskraft ist dann höher. Ja. Ich hab' vier hochwertige Refiniungen. Ach, scheiße, doch noch mal was mit dem. Ich hab' noch mehr jetzt. Lass es mir. Lass es mir. 30,000. Lass es mir aufheben, hochwertiges Refinium. Drachenschuppe. Ähhh... Verkäuchen. 30,000 gibt's da. Wir müssen erstmal zu anderen gehen. Neuzugänge? Ah, Kopfschmork setzen auf Flügelbolempfinger. Oh, ich hab' sogar zwei Karten schon. Oh, ich hab' sogar zwei Karten schon. Wo wollen wir uns die Kleine? Ne, passt schon. Sie ist auch so eine Kleine. Das ist der... Guck mal einen Typen. Sie schrieb... Sie schrieht... ...Hit uns beanspruchen? Hab' ich alles, ja. Wenn jemand die Tag nicht aufhören kann, ist das dein Hand. Oh, es geht auch bis 70 hoch, oder was? 75 sogar. Deswegen ging es so weit. Oh, mir haben Dinger auch nicht gemacht. Fähigkeiten, nee. Meisterschaften. Äh. Himmelssturmabwehr. Mögliche Nutzen von Himmelssturmabwehr. Blockhegische Attacke mit einer aufgeladenen Reichsangriff und den Angriff zu annulieren und zu kontern. Eruption. Dropkick hat eine Menge Betäubung zufügt. Halte zum Freistellen die Quest Schwierigkeit schwer. MSP kostet 430, bis ich dann runterkomme. Good stuff. Well, all right. Good stuff. Oh, that's how it's done. Oh, that's how it's done. Well, all right. Ready for action. Good stuff. Brenner wird einen Schaden, brauche ich auch nicht. Da auch von Lähmung runter ist gut. Ready for action. Okay. Lasspa told us we should get out of Sega Grande, but... Roland made it abundantly clear that Andromanyu is more than Sega Grande's problem. That power can and will consume the skies. Exactly. Um, so what I wanted to say was... We got you, Lyria. Just take a look at my butt. Is that the face of somebody fixing to run away? Oh, no it isn't. Mission complete. Muss ich mit dir? Oder muss ich mit dem reden? Ah, welcome back. The Grand Cipher is good to go. Are you ready to leave? Fliegen wir. Let's fly. The air currents have become unstable. Keep your wits about you. So, are we really doing this? What's the plan? We're going to rescue Roland. Right on! Mission numero uno! He's the reason we were able to save Lyria. Now it's our turn to repay the favor. And I got to thank him for taking such good care of the Grand Cipher. I'm with you there. But this ain't gonna be a walk in the park, you know? Ha. Bring it on. There's no turning back anyway. Hups. War eine Flasche. Hang tight, fix it, dude. We're a coming for you. Let's give it everything we've got. Lass uns ihnen gut wünschen. Sie sind die perfekten Leute, um die primevalen Gäste zu verdienen. Ich bin ziemlich glücklich, dass es sie und nicht ich. Und so wird unser Geld für sie stärker. Na ja, genug Yammering. Wir haben unser eigenes Arbeit zu tun. Nicht eine Sekunde. Nicht minde, wenn ich das mache. Warte mal, ich kann doch hier speichern oder? Warte, 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 hier das Tagebuch. Trophäen. Stärkere Skler Standard Raffinium. Jetzt krieg ich Standard Raffinium. Raffaele Münze. Schweinerei. Jetzt sind wir auch ein ganzes Stück Stärke. Na gut, dann machen wir mal weiter. Hey, das ist Rollins. Müsst du es während all dieser Hubbub im Kastel verabschiedet haben. Be sicher, dass du es ihm zurückkriegst, wenn er zurückkommt, eh? Der einzige sein, der den Kopf hinhält. Wenn das also geklärt ist, möchte ich... Ups. Äh... Wenn das also geklärt ist, möchte ich mich auch noch entschuldigen. Dass ich Gran benutzt habe. Ich konnte nicht gegen Lilith kämpfen, solange sie die Sekte befähigt. Ich brauchte meine eigene Figur. Sah ich die Kampffähigkeiten von Gran in Tempera... Als ich die Kampffähigkeiten von Gran in Tempera sah, wusste ich, dass ich Glück auf meiner Seite war. Ich wusste auch, dass du keinen Kampf gegen Lilith weiterführen würdest, sollte ich scheitern. Und die Zuneigung, die alle in der Crew voneinander empfinden, ist die Basis, die die Entschlossenheit von Gran noch größer macht. Kein Übel kann euer Band durchtrennen. Das ist mir jetzt noch bewusster als jemals zuvor. Es war falsch, um ihr euch im Ungewiss zu lassen. Vor 600 Jahren habe ich versprochen, das Himmelsvolk zu beschützen. Dass ich dich und deine Crew getroffen habe, war ein weiterer Beweis dafür, dass es richtig von mir war, mich auf Seite des Himmels zu stellen. Wer in der letzten paar Tage mit euch zu reisen hat, hat euer längst vergangene Erinnerung in mir wachgerufen. Es war mir ja eine Ehre, mit euch allen dieses Abenteuer zu erleben. Danke für alles. Von Herzen Roland Volkers Reparatur Heinz. Da gibt es aber acht Stück. Und in so Riesburger, aber es gibt noch mehr Seiten. Und in der Archiv in Lirius Sanktus kannst du lesen, was er geschrieben hat. Wind ist wild heute. Aber es ist nichts, was die Grand Cypher nicht anhandeln kann. Wir haben letztendlich Liria zurück. Aber es ist noch nicht Zeit, um zu feiern. Lilith ist so nahe zu ihr Ziel, sie hat sich gebrochen zu allem. Ich wundere, dass es nichts, was sie jetzt verletzt hat. Except für uns. Es kann so sein melodramatisch sein, aber das ist Glück. Unsere Crew gegen Lilith. Also gibt es nur eine Sache, was zu tun. Fliege zu der Pillar von Vaioi. Und endet das. Ich mag den Namen irgendwie. Vaioi. The Pillar of Vaioi. Keine Ahnung, das hört sich irgendwie cool an. The sky's a shocking shade of despair. Guess we got Lilith and Angra Mainyu to thank for that. That pillar scares me more. Lilith called it the bridge to the astral realm, right? Only Angra Mainyu can open the gate. That pillar must be like an altar for the rites. Look at the very top. It's the light the gate came from. We have to go investigate. Stupid Lilith, going around, building creepy pillars in our sky. She's gonna pay for this. Was ist hier los? Ey, mal gut, es ist unser Schiff. Das ist auch ne Vinyl. Mühle? Awesome! Hä? Ach, geht's da hinten rum? Ist es nur ich, oder ist der Luft wirklich schlau? Es fühlt sich, als ob ich... suffokate. Gleiches. Es ist so, dass dieses Ort versucht, uns auszuprobieren. Neat. What hole did this weirdo crawl out of? It's... part of Angra Mainyu. Okay, so it's creepy and hostile. Least it'll be a good warm up before the final match. Reinforcements! Are those little ones also part of Angra Mainyu? Yes, but these actually have physical shape. I think I can for work. How's this? Now we're ready! Weird Pornal just opened up. Think it's cause we trounced all those Mini-Mine-Yu's? What? It doesn't feel like I'm cutting anything. Oh! Wahrscheinlich muss ich da rein und dann... We did go through that rift, right? It looks like we're still in the same place, but everything's all hazy. Look, the monster from before. Is it just me, or does it appear solid now? I bet it's because we went through that funky portal. I knew it was a good idea. Watch this! Catch this! Yeah! Not so tough now, are ya? I don't think we'll make it very far in this haze. Let's pass through the rift again and return to the normal world. Well, now that those spooky portal monsters are gone, what say we get a move on? I can't believe they were residing in a different dimension. It must have something to do with Angra Mainyu's powers as gatekeeper. I'm as shaken as you are. But at least we have a strategy now. What's this? Oh. Hey, warte mal. Ah! Ach so, wenn ich am Boden lauf... ...macht das automatisch so anderes. Bunte Reflexion. I can hear cries of sorrow and pain. It's the trees and plants. Ah! How many spare parts does Angra Mainyu have? You all know the drill now. Wait for the mini-Mine used to pop up, then blast them. Heads up, crew. We've got spooky company. Calm down, Racken. They seem like normal monsters. They must have been summoned here by Angra Mainyu. Now we're ready! Now they're jammed! Cut them down! We nailed them! Go me! I mean us! How's this? Roger! We've got it! We've got it! We've got it! I won't lose focus! One more! Ah, we're getting through the drill. The others don't want to reach the portal or something. Let's try to stay by the portals in the light. Finally! I hope we never have to do that again. Jesus! Shadow portal! Shadow people! What's next? Wollen wir da zwei Portale? Desaster-Erz! Ah, hab ich gesehen! Let's see! Auch wenn die scheiß Kamera mich mal irgendwie dahin führen will. Oh, das ist My Control, aber ich glaube, ist eher die Kamera. Aber... Speichern? Was war das? Ich glaube, Lilith hat dieses Pillar aus den Menschenheimen gegründet. Was ist das? Schau! Oh, fucking Pulse Rush. Alter! Ey, kannst du mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Ja! Hä, fehlen dem jetzt mit der Beine? Die alte Mare hat ihre Hüfte wieder gefunden und sie sieht nicht glücklich. Jetzt ist unsere Chance. Lass uns das mitmachen. Ich bin gespannt, ob die anderen mitmachen können. Nein, genau, ich habe meine Haut wieder ab. Nein, genau, ich habe meine Haut wieder. Ich habe meine Euhmerlein gegründet. Wir sprechen später! Revenge kommt zuerst. Es ist mir zu nehmen. Es ist mir zu werden! Es ist mir zu? Wann? Ich werde mich glauben, dass du Angehörig vermind. After Vyrican's dusted, I'm gonna make you spill your evil master clan. Please, you need to heal. Wow, hooray. A magical growth transformation. I forgot Vyrican could do that. It's a time to become even more lethal. We can't afford any flip-ups. Miriam, I got some place safe. Okay. You can't win! This'll help a lot. Can't move an inch. Just hold on. Sie müssen uns verletzend werden. Die Eurikon-Bulds werden jetzt ein bisschen schwer verletzten. Versuch nicht zu werden. Jetzt beginnt die Party. Na, m'lady? Wir werden uns tanzen? Danke. Danke. Ich bin ein Blatt, Mann! So, Mann! Ich bin ein Blatt, Mann! Oh, warum heilt denn eigentlich keiner mehr? Ähm, Leute, aua. Was ist die Ahnung? Eigentlich, ah, da hinten. Ey, ich treffe halt auch kaum, weil die dumme Sau in der Luft hängt. Oh, oh. Winter's break. Nice, let's do this. Now I'm ready. Now, let it feel our thorn. One last push. It's gonna speed already? Come on. This should do it. Now we're ready. Ach, komm. Jetzt ist das wieder auf 1 runter. Schweinerei, du dreckiger Drecksack, ey. Scheiß mit Hose. Oh, my God. I can feel it in my horn. Oh, yeah. Never enough. Untertitelung des ZDF, 2020 Huh? Oh. Let's go! Boaah! Boaah! Does anyone hurt? I feel like a million rupees, but, uh, what are we going to do about him? Id, wait! You want to stop Lilith too, don't you? After all the time I spent with you, I know how much you care for her. But even if you love her, after what she's done, we have to stop her. My mother... ...or Lilith, I should say, intends to sacrifice the future of this world. I know I can't let her get away with that. But I can no longer feign innocence. This has gone on long enough. What do you say to a temporary truce? What do you say to a temporary truce? Huh? You want to stop her and so do we. Choices don't get any easier than that. How about it? We could use ya. Why? Considering the scale of violence I inflicted on your crew. Well, in the end, you did help us. Lass ihn jetzt nicht hängen, da haben wir schon's taub. Ein pastes Enemie ist ein future Freund. Das ist, was sie sagen. Okay. Ich werde dich in der Kampf gegen Lilith zusammen. Ich werde dich in der Kampf gegen Lilith zusammen. Lass uns die nicht verraten. Du bist als zweiter als Mitglied beigetreten. Wirst du deine Gruppe bearbeiten? Ja. Was heißt das? Oh, ich kann die jetzt mit rein tun. Tut mir leid, du bist raus. Let's do this. Welcome to the winning. Aber, kann ich den dann auch nicht freischalten, weil er nur ein verrücktes Gruppenmitglied ist. Ah, okay. Die haben schon genau gewusst, was wir als erstes vorhat. Ja. Du bist nicht so viel von Menschen, oder? Entschuldigung. Hey, Ed. Wo war deine Mutter, richtig? Adoptiv. Wir sind nicht mit dem Blut, aber ich verdammte mein Leben. Wenn du zurückkehren möchtest, wird niemand dich blämmen. Ich habe meine Wahl gemacht. Du kannst das jetzt sagen. Aber wenn sie da vorne vor dir, wird es schwer. Ich würde lieber sie selbst befinden. Denken sie in jemandem anderen Händen. Als Familie, du musst dich verantwortlich für ihre Schulden. Sehr gut. Wir respektieren deine Werte. Ed. Ich weiß, du hast die Dopp-Gun. Er ist bereit. Es gibt etwas, was ich wollte dir fragen. Du hast die Dopp-Gun. Du hast die Dopp-Gun. Du hast die Dopp-Gun. Oh, ja. Was war das? Wenn du mich fragen hast, ich dachte, du sahst wie ein gellig. Na, du bist falsch. Das war eine Manifestation der Dopp-Gun. Die Dopp-Gun. Die Dopp-Gun. Lilith trainiert mich als ich jung. Sie hat mich, wie sie kontrolliert. Sie hat mich, wie sie sie kontrollieren. Ich dachte, ich würde sie schützen. Sie werden, aber... Du bist, Kind. Das ist die Grund, warum du uns mit uns auf diese verrückte Mission. Ähm, das? Was ist das? Ich wollte dir bedanken, dass du mich, während ich die Kirche von Abia in der Kirche schützt war. Du... mich bedanken. Ich war die, die dich schützt. Ja, das stimmt. Aber du hast mich auch, meine Freunde zurückgebracht. Wenn du mich mit Lilith liefst, wer weiß, was mit mir passiert hat. Ja. Ich glaube. Was? Hey, wo ging's jetzt da hin? Oh, da muss ich... Ah, ich muss wahrscheinlich nochmal springen. Ah ja, ich hab schon einen in der Luft gesehen. Was? Alter, das ist echt scheiß knapp im Essen, ey. Nein! Ich bin daneben! Ah! 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 Das wird langsam nervig. Ich wollte mal das irgendwie... Nein, eigentlich hättest du dich daneben springen dürfen, das war das Problem. Ja, ich weiß das trotzdem, ich schon. Ach komm, es reicht ja doch nicht! Ah! Ja, jetzt halt's Maul und mach einfach. Ich mein, da ist schon eh nur Scheißgrütze drin, die keiner braucht, aber... Das fuckt mich ab, ey, dann treibt bitte Ehrgeiz weiter. Wie er halt einfach abstürzt, wenn er das macht. Ey, das Blöde ist, du hast kaum Zeit, um dich kurz zu positionieren. Mach sicher, dass du sie alle nimmst! Ach! Ach! Mal sehen! Die Scheiße! Ja, außer den Wächter, glaub ich, ne? Wenn dann höchstens noch den Frost wohl wahrscheinlich. Ja. 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 Ja.